Wenn Sie aus dem Computer was rausholen und sagen, da sind 1000 Stück am Lager, dann sage ich Ihnen, ob das stimmen kann oder nicht stimmen kann. Ich habe eine Ahnung von meinem Laden. Und wenn Sie mit mir durch den Laden gehen und mich was fragen und ich Ihnen eine Frage nicht beantworten kann, schenke ich Ihnen den Laden.